hallo und herzlich willkommen bei red.dembel ich bin wieder auf die jagd nach den tickets und heute ist mal wieder tactics cool 5 gegen 5 shooter das haben wir ja schon runtergeladen deswegen geht es ein bisschen schneller ich habe gestern auch einmal probiert das spiel zu spielen warum das nicht mehr ging ich habe da wieder eine runde gespielt und danach ging es wieder nicht keine ahnung warum also wenn das jetzt die ganze zeit so immer ist mit einer runde spielen und dann geht es viel nicht das ist ja ganz schön scheiße ja ich habe jetzt auch noch den dritten charakter freigespielt und ich denke mal den möchte ich jetzt nehmen aber wie gesagt gespielt danach ging nichts mehr durch das spiel was ich gemacht hatte habe ich noch den charakter freigespielt ja abholen was haben wir denn hier abholen ok in 21 stunden wieder missionen belohnung abholen eine waffe verbessern fahrzeug kauf ein sniper gewehr da müsste man dann in den laden reingehen denke ich mir mal also möchte man das video anschauen habe ich jetzt keine lust drauf aber ich finde hier kein sniper gewehr auf abgabholen das kann was zum beispiel machen bestätigen zack Abholen, Fahrzeug und Snipergewehr, ich sehe hier kein Snipergewehr. Keine Ahnung, ach hier unten, ich habe es gefunden, wir kaufen das hier für Silber, wer soll das nehmen, ich glaube eins bestätigen, ja. Können wir auch nochmal upgraden. Können wir nochmal upgraden, und nochmal. Komm, nochmal. Schauen wir mal, bis 5000, ne, ich hoffe mal nicht bis 5000, ach, bis Gold ist. Okay, gut, das MK war auch, ne. Äh, MG, MK, MG. MP haben wir, da habe ich auch eine. Okay, die ist soweit geskillt. Schrotflinte, die auf jeden Fall, bislang macht es mir am meisten Spaß mit der Schrotflinte, weil, wenn ich mit der da lang laufe, ach, ich habe gar kein Geld mehr. Die haut da einfach alles weg. Ja, okay, Fahrzeugfahren, das... Okay. Na gut, da muss jetzt mit Snipergewehr jemanden killen. Da bin ich mal gespannt, ob das für die eine gleiche Runde ist, wie immer. Das heißt, wie immer, wie letztes Mal auch. Das Sniper, und das ist halt der dritte, den ich neu dazu gekauft habe. Oh, ne, ist eine andere Runde. Ah, jetzt geht doch. hochger самые hochwerbe. mehr hochwerpt, nun geht das mit ... ... ... ... ... Das war's. Ja, okay. Ich nehme wieder Schrotflinte. Ich wollte den anderen probieren. Ich nehme eine Schrotflinte. Was? Was? So, jetzt bin ich einmal mit dem Auto gefahren. Können wir nicht bewegen? Okay, jetzt sind wir bei der Schrotflinte. Ich weiß nicht, warum? Ach stimmt, das war ja rechts. So, jetzt. Gesundheit! So, jetzt. Wo bin ich? Oh, da, genau die Mitte. In der Hocke. Okay. Ich muss einen Feind in der Hocke ziehen, aber... Unser Ding ist es ja schon vorbei. Ich kann auch kurz mal Schrotflinte hier. Zweimal aufwerten. AKR habe ich. Die fand ich nicht so gut. Einen MG habe ich nicht. Sniper habe ich. Sturmgewehr habe ich. Halt die AKR. Mit der habe ich gar nicht gespielt. Mit der MR6. Was gibt es denn noch hier Schönes? Hm. Selten. Epic. Granaten. Okay. Spritzen. Pistole. Damit ich weiß wieso nicht. Ich brauche nur die Schrotflinte. Also ich finde die Schrotflinte zur Zeit noch am besten. Ja. Den Laden nochmal gucken. Was muss ich da machen? Puzzleteile. Ach, ich kann mir hier wieder... das Video anschauen. Was? 40.000? Ne, oder? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche doch nur 5 Puzzleteile. Hier steht 20. Verrückt. Naja. Ähm. Ja. Ähm. Hab ja sonst... Doch. Ich habe den benutzt. Ne, gekauft. Ne, egal. Ich würde sagen, das war es für heute. Erstmal hier. Ich gehe da mal hier raus. Hol unser Ticket. Oder mein Ticket. So. Hecht hässlichen Dank fürs Hubschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.